Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Amin Harit ist verkauft, die Winterpause steht vor der Tür und um dann in der Rückrunde auch den Klassenerhalt zu schaffen, soll unsere Mannschaft im Wintertransferfenster verändert werden. Natürlich ist klar, dass wir nicht wirklich viel Geld zur Verfügung haben. Es wird auch wohl keine Riesen-Shopping-Tour geben, aber natürlich möchte man den Kader verstärken. Und deswegen war es auf jeden Fall schon mal gut, dass die ganze Geschichte mit Amin Harit jetzt auch offiziell ist, auch wenn natürlich unser Sportvorstand Peter Knebel direkt betonte, dass es trotzdem auf Schalke jetzt nicht so ist, dass Geld vom Himmel regnet. Anfang der kommenden Woche, sprich nach den beiden Spielen gegen Mainz und Bayern, wird sich dann unsere sportliche Führung zusammensetzen in einer großen Analyse. Und natürlich wird es dabei auch um Wintertransfers gehen. Logischerweise wird dort auch Thomas Reiß eine große Rolle spielen, wie er dann einzelne Personalien beurteilt. Wir wissen, dass wir im Blick auf die personelle Besetzung Entscheidungen treffen müssen, kündigte Knebel an. Unser Scouting-Team habe wohl auch schon erste Ideen, aber für Knebel ist es erstmal intern wichtig zu definieren, welche Spielerprofile Schalke denn auch wirklich genau braucht. Deswegen ist auch nicht zeitnah, mit Neuzugängen zu rechnen. Es braucht niemand erwarten, dass drei Spieler am 1. Dezember vor der Türe stehen und drei, vier andere Spieler nicht mehr dabei sind, betonte Knebel und machte ihm damit auch deutlich, dass man den Kader auch nicht aufblähen möchte. Man hat ja schon im Sommer das Ziel gehabt, ungefähr 24, 25 Feldspieler zu haben und das soll auch so bleiben. Deswegen sind auch natürlich Abgänge geplant, vor allen Dingen auch von jungen Spielern, die möglicherweise bislang nicht wirklich viel gespielt haben. Beste Beispiele natürlich hier Memo Aydin oder auch Kerem Chala Nuglu. Und auf der Zugangsseite werden wohl auch keine großen Namen präsentiert. Auf Shopping-Tour werden wir nicht gehen, sagte Knebel, vor allem auch mit Blick auf das Budget. Deshalb sind für uns auch Laien wichtig. Und natürlich ist das Thema Laien immer wieder eins, über welches diskutiert wird. Aber natürlich hat man da auf jeden Fall die Chance, Profis zu bekommen, die möglicherweise bei ihren Vereins letzt wenig gespielt haben, aber in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie in der Bundesliga wirklich auch helfen können. Im Idealfall will aber Schalke laut Knebel versuchen, Transfers so zu realisieren, dass wir danach auch Zugriff auf die Spieler haben. Sprich, Kaufoptionen sollen, wenn es eben Laien gibt, auf jeden Fall mit eingearbeitet werden, um eben dann auch Situationen wie bei Kuri Takura oder Daku Chulinov zu vermeiden. Für Knebel ist aber eine Sache ganz klar. Es wird eine ambitionierte Transferphase werden. Und ich denke mal, da sind wir uns auch alle einig. Das Gute ist natürlich, du hast sehr, sehr viel Zeit, dich auf den Januar vorzubereiten, wenn eben dann die ganzen Dinger umgesetzt werden sollen und offiziell werden. Da ist natürlich jetzt im November und Dezember sehr, sehr viel Zeit zum Planen, was man sonst eben nicht hätte. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! An alle Schalker! An alle Schalker! Untertitelung des ZDF, 2020